Hallo und guten Abend. Wer ein behindertes Kind zu Hause pflegt, der braucht hin und wieder Entspannung. Hier im Kupferhof in Hamburg ist das zum Beispiel für Familie Rote möglich. Da Paula liebevoll umsorgt wird, kann die ganze Familie erholsame Tage verbringen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch selber mal Kraft tanken kann. Ihr meint es doch gar nicht gut mit mir. Man nimmt uns ganz viel Arbeit ab. Paula ist total ausgeglichen. Die ist super gut drauf. Antonia genießt das natürlich auch, dass wir mein Papa jetzt wirklich mal volle Zeit nur für Antonia haben. Du hast gewonnen. Wenn man nicht solche Zufluchtsorte hätte, würden wir als Eltern irgendwann glaube ich zusammenbrechen. Das ist sehr schön. Die Aktion Mensch fördert monatlich bis zu 1000 soziale Projekte dank ihrer Lose. Und jetzt haben Sie wieder die Chance auf einen unserer Hauptgewinne. Der Supergewinn in Höhe von zwei Millionen Euro geht an die Losendziffern 1518187. Der Geldgewinn geht an die 4539707. Die Gewinnzahl für das Traumhaus lautet 5661456. Das Haushaltsgeld geht an die 1924157. Die Gewinnzahlen für die Sofortrente lauten 9915715 und 7081439. Am Freitag ist Nikolaus. Da wäre ein Jahreslos noch ein schönes Geschenk. Das gibt es bei allen Banken und Sparkassen und unter aktion-mensch.de. Schönen Abend noch. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erabor兩 Warcha